Wo bist du? Erich! Komm, wir müssen arbeiten. Komm! Ach so, ich mach nichts mehr. Wieso magst du nichts mehr? Na, wenn ich was arbeite, dann kann ich Fehler machen. Da hast du recht. Ja. Und der Erich und ich sind da drauf gekommen, unlängst beim Arbeiten. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, wirklich schwer gearbeitet. Und der Schaden war, ich tu die Kamera weiter runter, dann ist der Schaden im Gesicht. Wieso nicht die Kamera? Nein, geht schon. Und wir sind drauf gekommen, dass der Schaden, 300 Euro Schaden hat der Erich gemacht, und ich habe 250 Euro Schaden gemacht. Zusammen waren das 900 Euro Schaden pro Tag. Jetzt ist schon wieder ein Schaden. Ja. Das Handy ist runtergefahren. Schrecklich. Ja, es wird wahrscheinlich das letzte Video sein, denn es ist nicht mehr lustig alles. Ja. Jetzt 900 Euro Schaden pro Tag, wenn man das jetzt aufrechnet auf ein ganzes Jahr mal 365 Tage, sind das 12 Millionen Euro Schaden im Jahr, was wir ausgeben müssen. Wenn wir jetzt ein ganzes Jahr nichts arbeiten, haben wir keinen Schaden. Genau. Und dafür tun wir nichts mehr. Genau. Können wir uns auch nichts verletzen. Verletzen können wir uns nicht. Also für alle Handwerker und Heimwerker da draußen, bitte hört auf zu arbeiten. Es bringt nichts. Es ist nur Schaden und es ist wirklich sehr gefährlich. Es kann viel passieren. Und der Erich hat jetzt Brille auch keine mehr auf, weil irgendeine YouTube Zuschauerin oder ein Zuschauer hat geschrieben, der Erich schaut mit der Brille so alt aus. Jetzt setzt er keine Brillen nicht mehr auf. Jetzt werden die Fehler noch mehr. Also es ist wirklich schrecklich alles. Naja, aber ich bin ja wirklich älter als du. Um 21 Jahre. Hallo? Es sind zwölf Jahre, Erich. Es sind zwölf? Du wirst die Hunde bellen, du bist Legistheniker seit deinem zwölften Lebensjahr und du verwechselst das immer an, Erich. Was ist denn ein Legistheniker? Ein Legistheniker ist, wenn einer Wind fahren will, kommt der Bruder best an, weil er falsch abgebogen ist. Oder wenn du frühstücken gehst und du willst eine Sende essen, dann bist du vier, weil du dich verzählt hast. Das ist dein Legistheniker, Erich. Dafür hast du deine Uhr, manchmal auf der linken Hand, manchmal auf der rechten. Und immer wo die Uhr ist, ist deine linke Hand. Wenn du die Uhr auf der rechten Hand hast, sagst du auch, es ist deine linke Hand. Ach so, deswegen haben letztes Mal die Sesselleisten nicht gepasst. Nein, nicht nur die Sesselleisten, Erich. Es hat überhaupt noch gar nichts gepasst. Denk einmal wirklich darüber nach, was hat in den letzten Jahren, wo du gearbeitet hast, was hat schon gepasst. Gibt es da Tabletten dafür? Nein, Erich. Aber wir haben die Lösung gefunden. Wir arbeiten nichts mehr. Ah. Also wir bleiben jetzt sitzen, wir genießen unser Leben. Wie lange wird das noch dauern? Wenn wir jetzt rechnen, wahrscheinlich kommt eine komische Zahl heraus. Oder? Wie alt sind wir? Alt. Und wenn wir jetzt noch leben ein paar Jahre, sind wir älter. Also ist das... Es sind schon 100, glaube ich. Ich glaube, wir sind... Wir verabschieden uns. Und wirklich, arbeitet auch nichts mehr. Arbeiten ist nicht gut. Tschüss, Baba. Und wie das wird es wahrscheinlich keine mehr geben, wir arbeiten nichts mehr. Es gibt nichts zu filmen und das Filmen ist auch zu gefährlich. Tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, drückt gefällt mir. Deabonniert den Kanal, denn der Kanal hat sich gerade aufgelöst, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube auch, ja.